Grubanerwein Grubanerwein A pint of eggs of the band Cool Ich mag auch verdammte Zwei Viertel menschliches Blut Ist da auch was? Wirklich? Ja Es ist extremst wichtig Scheißstaunt Oh Gott Hast du das Gefühl, wenn von deinem Herz aus einem Puls ausgeht und du hast überall Gänsehaut? Ich hab ja Gänsehaut Hey cool, alles kaputt Was ist das denn? Da hat mir immer Lautanum geflaut Ich kann da nicht drauf Musst du chippen? Stell dir vor, ich kann da nicht Jetzt hab ich gedacht, das ist ein Fuchskopf Irgendwann Erschießt du den so? Ja Zu dringend Ah Perfektisch gescheitert aus dem Motto so ist Ganz gut Der Sess reckt davon ab Oh mein Gott Ja Bleibst du draußen Sehr gut Sehr gut Mach die Pflanze weg Du hast ihn in die Rand gesteckt Es geht nicht Es geht nicht Nimm sich bei der Wand Intu, ich hab mehr Angst vor Keith Richards als vor dem Motto Ja Ja Nimm mal Netsuki Richards Hey du willst du editieren? Dann kommst Jetzt Hier ein Bild von Keith Richards Mir jetzt ausschauen Was? Ich konnte darauf hin Alles Ich kann nicht die Sparte Siehst du das? Er bewegt sich Ich hab dich bewegen Ich hab dich bewegen Na Du musst das schon mit Bild, oder? Das schon vielleicht, ja Oh War alles nötig? Wieso machst du alles nötig? Was nötig ist? Die Bieber Das ist eine Mappe Ich werde mir die Lade zu machen Oh Was du musst, dass du was drin hast Weil ich mich die Hand gissi Es ruckelt Es ruckelt Ich habe immer Ärger Gibt's ein Buch, das wieder Angst hat? Es Bücher haben immer Angst, okay Die haben auch Gefühle Ah! Gefunden Rette das Buch Welches Buch ist es? Hackne Wyckendell Hackne Wyckendell ist jetzt sicher Ich schau mal dahin Ich will echt nie einem Schloss leben Ich will echt nie einen Schloss leben Ich will echt nie einen Schloss leben Ich will echt nie einen Schloss leben Wer will das jetzt jetzt mich nicht grissen Zweig vor mir, oder Zwei vor mir, oder? Jetzt willst du mich heißen Was so, okay, war mir schon Woaa Chill out, start wohl Chill out, start wohl Chill out, chill out Chill out, chill out Nein, nein Nein, nein Boah Jetzt bin ich sicher es kann mir keiner mehr was anfangen, ok? Das wird Monster Jesus Jesus Wow, Jesus schützt mich, siehst du Machst du die Tür zu oder was? Bis keiner reinkommt Die Tür mag ich jetzt schon nicht Ich auch nicht, ich hasse ihn Statt Jesu haben Jesus Scheiße, ich hab Jesus gemacht Wow, wie geht Das ist Blasphemie betrieben Das ist ein zweiseitiger Ja, und du spielst mit der Leiche eines Toten Mit der Leiche eines... Ich hab jetzt zwei Jesus 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 Du bist Latein, frage ich mich Jesus ist ein Name, für ein Name gibt es keinen Beweis Doch, eigentlich Genauso wie Sperr Jesus schützt mich Ich hab nicht einmal hingeschaut und mich ins Gerissen Jesus schützt mich Oh, Madame Oh, Madame Aber ich bin sehr glücklich Grafherzi 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 Mathe Hm Hm Back to work Okay Ich seh' hier nichts Ich seh' hier nichts Ich seh' hier nichts Ist doch der Kopf Boah, da ist auch der Kopf Der fang gleich an zu sprechen Und weil es auch korridbar ist Aber jetzt im Ernst Was? Wer ist so wahnsinnig Menschen aufzuschneiden und dann die Köpfe irgendwo rumliegen zu lassen Hm, es gibt Menschen auf der Welt Jesus Ich will nicht schon wieder Jesus schützt mich Vergiss das nicht Jesus Jetzt weiß ich was kommt Jetzt musst du Laudanum verwenden Dann kommt das Monster und macht Bläh Jesus, sorry Oh, mein Laudan Jesus soll nicht Schütze Die Tür ist gerade abgeschossen Das bleibt verantwortlich Jesus Wow Jesus Jesus Ich halte Jesus immer noch in Händen Sie ist Oh Mein Arsch Nein, Arsch Der Angst Er hat mich lustigerweise nicht grüßt Scheiße, Jesus mit in die Böse Ein Pentagram Ein doppeltes Pentagram Ein David-Gram Ein Doppeltes Pentagram Ein David-Gram Jesus wird Sanity Potion Er wird mich beruhig, oder? Der Name ist geschrieben in Blood You should not have gun in them, Derek Ich heiße Derek, das ist jetzt aber neu Das ist nicht neu, der stand in der Beschreibung Das wissen wir seit Anfang an Mal's blood Just 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 team Was? Jesus will uns umbringen Jesus Wie viel weg Wie viel weg der ist der Auslöser für die ganze Scheiße Jesus Jesus Komm wie geil wär das wenn du einen Kamin mit blauem Licht hättest Wie fett wär das Ja okay das wär schon geil Jesus Ich muss dich leider abstellen Es tut mir so leid Ist das Buch noch da? Sie haben Sie haben Sie haben Sie haben Sie haben ihn getötet Diese Schweine Oder Er ist nicht auf seinem Platz zurückgegangen Nein Nein Doch Schau dich nacken Jetzt bist du sauber Ja Es ist tot Okay es ist einfach nur tot Oh Liegt ein Mensch Ja ich bin tot Schau dich statt und schnell Oh Fuck 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 Licht aus Licht aus Witzin Was machst du Ich flasche Ich bin tot Okay Mach auf Mein zum Geil auf dich Ja Gut Ich bin ein bisschen Nachdem ich es laut habe schon alles verhalten Nämlich auch Es steht fix hinter der Tür Es steht so fix hinter der Tür Ich werde zwar bis die schöne Musik aussehen Ich mach dir meine Geduldspiel aus Du gelöst hast Ich löse es immer Ich auch Und deswegen Das spiel ich bei dir seit der ersten Klasse Wir haben nicht mehr viel aus Komm spieler ein bisschen nach draußen Was ist das für eine Scheibe? Wo ist das Scheibe? Im Tisch? Oder? Siehst du? Das ist Das ist Das ist Ist das mit Wedge-Tail? Es ist nicht Wedge-Tail Es ist Wedge-Tail Du bist jetzt mein Puffer Es hat gepuffert Es ist nichts geschehen Es steht bei der Kerze zu machen Warum hört die Musik nicht auf? Mitdem ist der Zeitpunkt gekommen Wo ich nicht mehr will Mach weiter mal mit ne Jacob Das ist eine Alternative, was man spielen kann, ne? Wir spielen gar nicht. Nein, die zünd' ich jetzt ab. LOL Wirst du rauswirken? Das darf ich nicht sagen, weil YouTube... Zünd' ich voll. Ich spiele nicht raus. Ich muss raus. Ich schau dich. Ahahahahaha Hast du jetzt wegen der Ahahahahaha? Ja. Ich brauche Musik. Ich weiß, was wir hören können. Was? Hast du?